Herzlich willkommen zurück. Wiederum, wir suchen die messianischen Texte. Wir sind inzwischen bei Zephania angekommen. Ein kleiner Prophet, der vieles sagt und dann am Schluss richtig ein Höhepunkt kommt. Ich nehme davor ab, aber Kapitel 2, ab Vers 8. Ich habe das Schmähen Moabs und das Lästern der Amoriter gehört, womit sie mein Volk geschmäht und gegen sein Land groß getan haben. Wohl an, so wahr ich lebe, spricht der Herr Zebot, der Gott Israels. Moab soll wie Sodam und die Amoriter wie Gomorra werden. Also umkommen, das Äußere, was gegen das Volk Israel gestossen hat. Ein Unkrautfeld und eine Salzgrube und ewige Wüste. Die übrig gebliebenen meines Volkes sollen sie berauben. Wiederum dieser Rest, die wenigen, die da von Herzen Gott nachfolgen. Und der Rest von meinem Volk soll sie beerben. Wow! Also das, was den Heiden gehört, kommt jetzt ins Reich Gottes hinein. 10. Das soll ihnen begegnen für ihre Hoffahrt, weil sie das Volk des Herrn Zebot geschmäht und gegen es groß getan haben. Schrecklich ist der Herr gegen sie, denn er vertilgt alle Götter auf Erden und es sollen ihn anbeten, alle Inseln der Völker. Wow! Sogar die Heiden rundherum, die weit weg sind, auch die kommen jetzt dazu und werden Gott anbeten. Und jetzt das große Finale ab Kapitel 3, 9. Dann aber will ich den Völkern reine Lippen geben. Wow! Das sind wir, wir sind jetzt die Völker und wir werden gereinigt werden, dadurch, dass wir uns Jesus zuwenden. Dass sie alle des Herrn Namen anrufen und ihn einträchtig dienen. Ja, als Kinder Gottes können wir jetzt von Herzen Gott dienen, war im alten Bund nicht möglich. 10. Von jenseits der Ströme von Kusch werden meine Anbeter in der Zerstreuung mir Geschenke bringen. Jetzt kommt man zu Gott als Heide, bringt Gott geschenkenweit sein eigenes Leben. 11. Zur selben Zeit wirst du dich all deiner Taten nicht mehr zu schämen brauchen. Oder das sündige Leben, das Gott nicht gefallen hat. Eigentlich müssten wir uns schämen, aber Gott schenkt ein reines Gewissen, dass wir Heilsgewissheit haben können. Also nicht mehr zu schämen brauchen, mit denen du dich gegen mich entpört hast. Denn dann will ich deine stolzen Prahler von dir tun. Und du wirst dich nicht mehr überheben auf meinem heiligen Berge. Ich will in dir übrig lassen ein armes und geringes Volk. Die werden auf den Herrn des Herrn Namen trauen. Wow, der Rest Israels. Einige sind dann dran, die bekehren sich. Und dadurch kommen ja dann auch die Heidenvölker dazu. Und diese übrig gebliebenen in Israel werden nichts Böses tun, noch Lüge reden. Und man wird in ihrer Munde keine betrügerische Zunge finden, sondern sie sollen weiden und lagern ohne alle Furcht. Oder das ist diese innere Verherzensänderung, die kommt. Und darum wird man auf den Herrn ausgerichtet sein und nicht auf den eigenen Gewinn. 14 Jauchze, du Tochter Zion, frohlocke Israel, freue dich und sei fröhlich von ganzem Herzen, du Tochter Jerusalems. Denn der Herr hat deine Strafe weggenommen und deine Feinde abgewendet. Der Herr, der König Israels, ist bei dir, dass du dich von keinem Unheil mehr fürchten musst. Zur selben Zeit wird man sprechen zu Jerusalem, fürchte dich nicht, Zion. Lass deine Hände nicht sinken, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir. Ein starker Heiland. Wow, Jesus, der jetzt unter seinem Volk wohnt. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein und wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Hey, wenn Menschen zu Gott kommen, dann freut sich Jesus an den Menschen. Und nicht, weil wir von uns aus perfekt sind, sondern weil wir uns von Gott beschenken ließen. Und jetzt freut sich Gott darüber. Hey, was sind das für tolle seelsorgerliche Verse. Das spricht von uns. 18, wie man, wie an einem festlichen Tage, nehme ich von dir hinweg das Unheil, dass du seinetwegen keine Schmach mehr trägst. Siehe, zur selben Zeit will ich mit allen denen ein Ende machen, die dich bedrängen und will den Hinkenden helfen und die Zerstreuten sammeln, also geistlich sammeln im Glauben, und will sie zu Lob und Ehre bringen in allen Landen, wo man sie verachtet. Also eben nicht nur politisch in Israel, sondern auf der ganzen Welt. 20, zur selben Zeit will ich euch heimbringen und euch zur selben Zeit sammeln, denn ich will euch zu Lob und Ehre bringen unter allen Völkern auf Erden, also Israel, das jetzt geistlich blüht und die Völker dann da dazukommen. Wenn ich euer Geschick wenden werde, vor euren Augen, spricht der Herr. Wow, das spricht von unserer Zeit, was jetzt neu gekommen ist, ganz gewaltig. Dann der Prophet Haggai, Kapitel 2, Vers 6, den so spricht der Herr Zebaoth. Und jetzt kommt das Reflexionszitat. Es ist nur noch eine kleine Weile, dass ich Himmel und Erde und das Meer und das Trockene erschüttere. Da geht es selbstverständlich nicht um ein Erdbeben, sondern um das Kommen des Messias, wie das deutlich wird in Hebräer 12, 26. Dann will ich alle Völkern erschüttern, eben alle Völkern, auch die Heiden, und alle Völkern Kostbarkeiten kommen und will dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr Zebaoth. Denn mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr. Es soll die Herrlichkeit dieses neuen Hauses grösser werden, als die des ersten gewesen ist. Also nicht der Tempel rein äußerlich, sondern es kommt noch etwas Größeres. Oder es gab ja den Salomonischen Tempel und hier spricht dann Haggai natürlich vom Tempel, der 550 eingeweiht wurde, aber aufgrund des Reflexionszitates merken wir, das geht darüber hinaus in den geistlichen Tempel, der Jesus mit seiner Braut ist. Also 9. Es soll die Herrlichkeit dieses neuen Hauses grösser werden, als die des ersten gewesen ist, spricht der Herr Zebaoth, und ich will Frieden geben an dieser Städte, spricht der Herr Zebaoth. Ja, das war er beim zweiten Tempel, der 550 eingeweiht wurde, nicht der Fall. Darum bezieht sich das eben auf den Tempel, der Jesus ist. Johannes 2 hat dieses Jahr von sich selber als der Tempel gesprochen. Noch Vers 21 aus Haggai 2. Sage Serubabel dem Stadthalter von Judah, ich will Himmel und Erde erschüttern und will die Throne der Königreiche umstürzen und die Macht der Königreiche der Völker vertilgen und umstürzen die Wagen und ihre Fahrer. Ross und Reiter werden fallen, ein jeder durch das anderen Schwert. Zur selben Zeit und so weiter. Also Serubabel, der dann half die Stadt mal aufbauen und jetzt sagt er dem prophetisch, es kommt dann noch die andere Zeit, dass geistlich das Ganze geschüttelt wird. Also dieser zweite Tempel 515 war eigentlich nur ein kleines Abbild. Jo, zeitgleich dann Zacharia. Ich lese da aus Kapitel 1, Vers 16. Oder nicht das Äussere, die waren ja immer unter der Gefahr. Gefangenschaft, Zeit 586, sondern das messianische drückt da durch. Kapitel 2, Vers 8. Jerusalem soll ohne Mauern bleiben, wegen der Menge der Menschen und des Viehs, die darin sein werden. Und ich selbst will, spricht der Herr, eine feurige Mauer rings um sie her sein und will mich herrlich darin erweisen. Oder diese feurige Mauer ist selbstständig nicht im buchstäblichen Sinne gemeint, sondern eben das geistliche Jerusalem, das voll gefüllt sein wird, weil nicht nur Israeliten drinnen sind, sondern eben auch Heiden, die sich durch Jesus bekehren. Vers 14. Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion, denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen, spricht der Herr. Oder das klingt, Johannes 1,14 heraus. Jesus, der unter seinem Volk wohnt. Und es sollen zu der Zeit viele Völker sich zum Herrn wenden. Oder das ist jetzt Evangelisation. Die Menschen kommen dazu. Und was ist die Folge daraus? Jetzt kommt wieder so ein wiederkehrender Vers bei den messianischen Texten. Uns sollen mein Volk sein und ich will bei dir wohnen. Er ist der Gott, wir sind das Volk. Das ist häufig bei diesen messianischen Texten und das dringt da eben auch durch. Jetzt kommt denn das. Und du sollst erkennen, dass mich der Herr Zebau zu dir gesandt hat. Und der Herr wird Judä in Besitz nehmen als sein Erbteil in dem heiligen Lande und wird Jerusalem wieder erwählen, alles Fleisch sei stille vor dem Herrn, denn er hat sich aufgemacht von seiner heiligen Städte. Kapitel 3, Vers 8 Höre nun, Jeschua, du Hohenpriester, du und deine Brüder, die vor dir sitzen, sind miteinander ein Zeichen, denn siehe, ich will meinen Knechtspross kommen lassen. Denken wir da an Römer 15, Vers 12, der Spross, der ist der Messias. Und jetzt bekommen da die Hohenpriester den Bescheid. Jetzt kommt dann dieser Messias. Vers 9b Oder das ist jetzt das Einladen zu diesem neuen Heil. Die Sünde wird an einem Tag weggenommen, nämlich Karfreitag, respektive dann am Ostern, als Jesus Sühne geschaffen hat und der Vater die Welt mit sich selber versöhnt hatte. Kapitel 5, Vers 5 Der Engel, der mit mir redete, trat hervor und sprach zu mir, Hebe deine Augen auf und sieh, was kommt da hervor? Und ich sprach, was ist das? Er aber sprach, das ist die Tonne, die da hervorkommt. Und sprach weiter, das ist ihre Sünde im ganzen Lande. Und siehe, es erhob sich der Deckel aus Blei, und da war eine Frau, die saß in der Tonne. Er aber sprach, das ist die Gottlosigkeit. Und er stieß sie in die Tonne und warf den Klumpen Blei auf die Öffnung. Wow, das ist messianisch. Jetzt die Sünde, die Ungerechtigkeit wird zugedeckt werden, dann wenn der Messias kommt. Kapitel 6, Vers 12 So spricht der Herr Zeber, O ziehe, es ist ein Mann, der heißt Spross. Jawohl, da haben wir es wieder. Jeremia 23, Vers 5, Römer 15, Vers 12 oder so. Siehe, es ist ein Mann, der heißt Spross, also der Messias. Denn unter ihm wird es sprossen und er wird bauen, des Herrn Tempel. Also er selber ist dann der Tempel. 13 Ja, den Tempel des Herrn wird er bauen und er wird den Schmuck tragen und wird sitzen und herrschen auf seinem Thron. Das ist eben Jesus. Und der Priester wird auf seinem Thron sein und es wird Frieden sein zwischen den beiden. Also die Diener und dem Messias selber. 15 Und es werden kommen von Ferne, die am Tempel des Herrn bauen werden. Ja, das nimmt dann natürlich erst in Petrus 2 auf, dass wir diese lebendigen Bausteine sind, die das geistliche Haus bauen. Der Text spricht von uns. Kapitel 8, 1 Und es geschah das Wort des Herrn Zebaoth. So spricht der Herr Zebaoth. Ich eifere um Zion mit grossem Eifer und mit grossem Zorn eiferte ich um seinetwillen. So spricht der Herr. Ich kehre wieder auf den Zion zurück und will Jerusalem zu Jerusalem wohnen, dass Jerusalem Stadt der Treue heissen soll und der Berg des Herrn Zebaoth, heilige Berge oder heiliger Berg. Grandios. Also das ist das Neue, das Geistliche, das Gott baut. Vers 6 So spricht der Herr Zebaoth. Selbst wenn das dem Rest dieses Volkes in dieser Zeit unmöglich scheint, sollte es darum auch mehr unmöglich sein, spricht der Herr Zebaoth. Also die vom Volk Israel, die sowieso gesündigt hatten, die wollten ja gar nichts zu tun haben mit Gott, aber dieser Rest, ja die werden es nicht fassen können und werden es aber trotzdem sehen. 7 So spricht der Herr Zebaoth. Siehe, ich will mein Volk retten aus dem Lande gegen Aufgang und aus dem Lande gegen Niedergang der Sonne und will sie heimbringen, dass sie in Jerusalem wohnen und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein in Treue und Gerechtigkeit. Da haben wir das wieder. Diese Zielsetzung, die da durch den Messias dann kommen wird. Und jetzt kommt diese Gerechtigkeit von Jesus. Gewaltig messianische Texte. Vers 11 Aber nun will ich nicht, wie in den vorigen Tagen, verfahren mit dem Rest dieses Volkes, spricht der Herr Zebaoth. Denn das wird eine Saat des Friedens sein. Der Weinstock soll seine Frucht geben und das Land sein Gewächs und der Himmel soll sein Tau geben. Also die geistliche Frucht jetzt wächst aus diesem Rest Israels. Und ich will dem Rest dieses Volkes das alles zum Besitz geben. Also der geistliche Besitz, Römer 7,27 auch. Und es soll geschehen, wie ihr vom Hause Judah und vom Hause Israel ein Fluch gewesen seid unter den Völkern. So will ich euch retten, dass ihr ein Segen sein sollt. Fürchtet euch nun nicht und stärkt eure Hände. Denn so spricht der Herr Zebaoth, gleich wie ich euch zu plagen gedachte, als mich eure Väter erzürnten, spricht der Herr Zebaoth. Und es mich nicht geräute, so gedenke ich nun wiederum in diesen Tagen wohlzutun, Jerusalem und dem Hause Judah. Fürchtet euch nun nicht. Das ist aber, was ihr tun sollt. Rede einer mit dem anderen Wahrheit und richtet wahrhaftig und recht, schafft Frieden in euren Toren. Keiner ersinne Arges in seinem Herzen gegen seinen Nächsten und liebt nicht falsche Eide, denn das alles hasse ich der Herr. Und es geschah das Herrnwort Zebaoth zu mir, so spricht der Herr Zebaoth. Das Fasten der vierten, fünften, siebten und zehnten Monats soll dem Hause Judah zur Freude und Wonne zu fröhlichen Festzeiten werden. Liebt Wahrheit und Friede. Oder das Äußere, das man tat und äußerlich nichts gebracht hat. Das wird echt werden und es wird Freude, ein Lobpreis daraus entstehen. Vers 20, so spricht der Herr Zebaoth, es werden noch Völker kommen und Bürger vieler Städte. Und die Bürger der einen Stadt werden zu anderen gehen und sagen, lasst uns gehen, dem Herrn anzuflehen und zu suchen, den Herrn Zebaoth. Wir wollen mit euch gehen. So werden viele Völker und mächtige Nationen kommen, dem Herrn Zebaoth in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. Wow, das ist die Evangelisation und Menschen strömen zum Messias dazu. Das spricht von der Gemeinde. 23, so spricht der Herr Zebaoth. Zu jener Zeit werden zehn Männer aus allen Sprachen der Völker einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Also Heiden, die sich jetzt diesem Gott Israels zuwenden. So, und dann Kapitel 9. Ganz große Verheißung. 9, Vers 9. Du Tochter Zions, freue dich sehr und du Tochter Jerusalems, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem füllender Eseling. Matthäus 21, 5. Also diese Geschichte, als Jesus jetzt auf dem Esel sitzt und dann nach Jerusalem kommt und die Juden das natürlich äußerlich interpretiert hatten, jetzt würde das Königreich äußerlich kommen und die Römer werden weggehen. Es ist eben anders gekommen. Es ist der geistliche Messias, der das himmlische Reich gebaut hat. Also, so ist er dann effektiv gekommen, Jesus der König. Vers 10. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn es wird Frieden, er wird Frieden gebieten den Völkern. Also die Heiden, die auch innerlich jetzt Frieden erhalten. Und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Wow, das Friedensreich wird die ganze Erde umfassen. 11. Auch lasse ich um des Blutes deines Bundeswillen deine Gefangenen frei aus der Grube, in der kein Wasser ist. Kehrt heim zur festen Städte, die ihr auf Hoffnung gefangen liegt, denn heute verkündige ich, dass ich dir zwiefach erstatten werde. Hatten wir ja schon in Joel 2,25 gesehen, diese doppelte Rückerstattung. Und hier jetzt um des Bundeswillen werden wir frei werden. Halleluja. Absolut grandios. Vers 13. Denn ich habe mir Judah zum Bogen gespannt und Ephraim darauf gelegt und will deine Söhne Zion aufbieten gegen deine Söhne Griechenland und will dich zum Schwert eines Helden machen. Und der Herr wird über ihnen erscheinen und sein Pfeil wird ausfahren wie der Blitz und Gott, der Herr, wird die Posaune blasen und wird einherfahren in den Stürmen zum Südland. Der Herr Zebrot wird sie schützen, dass sie essen und Schleudersteine unter sich treten. 16. Und der Herr, ihr Gott, wird ihnen zur rechten Zeit helfen, der Herde seines Volkes, also die, die jetzt zur Herde gehören. Denn wie edle Steine werden sie in seinem Lande glänzen. Oder das sind die Gläubigen, glänzende Steine. Ja, wie gut es ist und wie schön, Korn lässt Jünglinge und Wein lässt Jungfrauen blühen. Das geistliche Aufblühen, das jetzt möglich wird. Kapitel 10, Vers 4. Aus Judah kommt der Eckstein. Oder der Eckstein, das ist Christus. Aus ihm der Zeltpflock, aus ihm der Kriegsbogen, aus ihm geht jeder Treiber hervor. Und sie sollen sein wie Helden, die im Kampf durch den Kot der Gassen stampfen. Und sie sollen kämpfen, denn der Herr wird mit ihnen sein, dass die Reiter zu Schanden werden. Also dieser geistliche Kampf. Und jetzt dehnt sich das Reich aus. 6. Und ich will das Haus Judah stärken und das Haus Josefs erretten und will sie wieder heimkehren lassen. Denn ich habe mich ihrer erbarmt. Und sie sollen sein, wie sie waren, als ich sie nicht verstoßen hatte. Denn ich, der Herr, bin ihr Gott und will sie erhören. Und Ephraim soll sein wie ein Held. Und ihr Herz soll fröhlich werden, wie vom Wein. Ihre Söhne sollen sehen und sich freuen. Ihr Herz soll fröhlich sein über den Herrn. Oder jubelt es doch förmlich. Oder man merkt, es wird immer konkreter, je mehr die Zeit nahe zum Messias kommt. Vers 8. Ich will sie herbeipfeifen und sie sammeln, denn ich habe sie erlöst. Und sie sollen sich mehren, wie sie sich vormals gemehrt haben. Ich säte sie unter die Völker, dass sie meinen Gedächten in fernen landen und sie leben sollten mit ihren Kindern und wieder heimkehren. Denn ich will sie zurückbringen aus Ägyptenland und sie sammeln aus Assyrien und will sie ins Land Gileads und zum Libanon bringen, dass man nicht Raum genug für sie finden wird. So viele werden sich bekehren. Und der Herr wird durchs Meer der Angst gehen und die Wellen im Meer schlagen und alle Tiefen des Nils vertrocknen lassen. Da soll dann zu Boden sinken die Pracht Assyriens. Und das Zepter Ägyptens soll weichen. Ich will sie stärken in dem Herrn, dass sie wandeln sollen. In seinem Namen spricht der Herr. Also, die Völker, die gegen Judah waren, jetzt wird Judah aufblühen. Kapitel 11, Vers 12 Und ich sprach zu ihnen, Gefällt's euch, so gebt her meinen Lohn, wenn nicht, so lasst's bleiben. Und sie wogen mir meinen Lohn dar dreißig Silberstücke. Und der Herr sprach zu mir, Wirf's hin dem Schmelzer, was für eine treffliche Summe, denen ich wertgeachtet bin vor ihnen. Und ich nahm die dreißig Silberstücke und warf sie in das Haus des Herrn. Matthäus 27, Vers 9 folgen Judah, der er Jesus verkaufte. Und das wird dort zitiert, auf diesen Vers bezogen. Es heisst, dort zwar in Matthäus 27, dass es Jeremia ist, aber es wird wohl eher diese Stelle aus Zacharia 11 sein. Dann Kapitel 12, 2 Siehe, ich will Jerusalem zum Taumerbecher zurichten, für alle Völker ringsumher. Und auch Judah wird's gelten, wenn Jerusalem belagert wird. Oder jetzt der jüdische Krieg, 70 dann die Zerstörung des Tempels, Titus, der dann den Tempel zerstört. Jetzt ist diese Belagerung da, Lukas 19, Vers 43, spricht davon, auch Lukas 21, Vers 20. Zur selben Zeit will ich Jerusalem machen, zum Laststein für alle Völker. Alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran Wund reißen. Alle Völker auf Erden werden sich gegen Jerusalem versammeln. Also das Damalige, natürlich die damaligen Völker. Und das ist natürlich hauptsächlich Rom. Vier, zu der Zeit spricht der Herr, will ich alle Rosse scheu und ihre Reiter irre machen. Über das Haus Judah will ich meine Augen offen halten. und alle Rosse der Völker in Blindheit mit Blindheit schlagen. Und die Fürsten in Judah werden sagen in ihrem Herzen, die Bürger Jerusalems sind meine Stärke in dem Herrn Zebot, ihren Gott. Zu der Zeit will ich die Fürsten Judas machen, zum Feuerbecken mitten im Holz und zur Fackel im Stroh, das sie verzehren, zur Rechten und zur Linken, alle Völker ringsherum. Aber Jerusalem soll auch fernhin bleiben an seinem Ort zu Jerusalem. Also dieser Kampf, dieser jüdische Krieg, der da ist. Aber Jerusalem wird das geistliche Jerusalem werden, das in Ewigkeit bestehen bleibt. Sieben, und der Herr wird zuerst die Hütten Judas erretten, auf das sich nicht zu hoch rühme das Haus David, noch die Bürger Jerusalems, wie der Judah. Zu der Zeit wird des Herrn die Bürger Jerusalems beschirmen. Und es wird zu der Zeit geschehen, dass wer von ihnen strauchelt, sein wird wie David. Und das Haus David wird sein wie Gott, wie der Engel des Herrn vor ihnen her. Oder das Reich Davids, das sich jetzt aufbaut. Neun zu der Zeit werde ich darauf bedacht sein, alle Völker zu vertilgen, die gegen Jerusalem gezogen sind, in diesem jüdischen Krieg. Aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebetes. So, wann kommt das? Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben, und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um das einzige Kind, und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Ich sage Rea 12, oder das kommt gleich zweimal vor. Das heißt, Johannes 19, 37 sagt dann, ich lese das am besten gleich, Johannes 19, Vers 37, denn das ist ein Vers, den packt man häufig dann so ein bisschen aus dem Zusammenhang und nimmt dies auf die Zukunft. Aber schau mal, auf was das bezogen wird. Ich nehme Johannes 19, Vers 35, und der, das gesehen hat, der hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr, also Johannes, und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde, und jetzt kommen zwei Zitate, ihr sollt ihm kein Bein brechen, das heißt, Jesu wurden ja die Beine nicht gebrochen, der war schon tot, und ebenfalls damit die Schrift erfüllt würde, und ein anderes Schriftwort sagt, und jetzt kommt eben Sacharia 12, 10, sie werden auf den sehen, den sie durchbohrt haben. Das ist also nicht irgendetwas zukünftiges, das erst kommt, sondern die, die den Messias gekreuzigt haben, die werden erkennen, das ist ja der Messias, und werden sich ihm zuwenden. Und darum, der Geist, der Gnade und des Gebets wird kommen. Das ist, wenn ein Mensch sich bekehrt und Jesus dann durch den Geist im Herzen wohnt. 11. Zu der Zeit wird große Klage sein in Jerusalem. Ja, ich nehme Kapitel 13, 1. Zu der Zeit werden das Haus David und die Bürger Jerusalems einen offenen Quell haben gegen Sünde und Befleckung. Also die Vergebung wird jetzt eben da sein können. Zu der Zeit spricht der Herr Zebaoth, will ich die Namen der Götzen ausrotten aus dem Lande, dass man ihrer nicht mehr gedenken soll. Dazu will ich auch die Propheten und den Geist der Unreinheit aus dem Lande treiben. Genau. Oder Vers 4, und es soll zu der Zeit geschehen, dass die Propheten in Schande dastehen. Also die falschen Propheten. 6. Und wenn man zu ihnen sagen wird, was sind das für Wunden auf deiner Brust, wird er sagen, so wurde ich geschlagen im Hause derer, die mich lieben. Und wir sehen es gleich im übernächsten Vers, das ist der Messias, der geschlagen wurde. 7. Schwert mach dich auf gegen meinen Hirten, gegen den Mann, der mir der Nächste ist, spricht der Herr Zebaoth. Schlage den Hirten, dass ich die Herde zerstreue. Matthäus 26, 31. Wird auf den Messias bezogen, der ans Kreuz geht und die Jünger, die da geflohen sind. Dann will ich meine Hand wiederkehren zu den Kleinen. Und es soll geschehen in dem ganzen Lande, spricht der Herr, dass zwei Teile darin ausgerottet werden sollen und untergehen. Und nur der dritte Teil soll darin übrig bleiben. Eben dieser Rest Israels. Und ich will den dritten Teil durchs Feuer gehen lassen und läutern, wie man Silber läutert und ihn prüfen, wie man Gott prüft, also Sünden, Erkenntnis und Bekenntnis kommt. Der wird dann meinen Namen anrufen und ich will ihn erhören, also bekehren. Ich sage, er ist mein Volk und er wird sagen, der Herr ist mein Gott. Oder wiederum diese Kombination, wie wir es häufig schon gesehen haben. Zachariah 14, 1. Siehe, es kommt für den Herrn der Tag, dass man in deiner Mitte austeilen wird, was man dir geraubt hat. Denn ich werde alle Völker sammeln zum Kampf gegen Jerusalem. Also die Heiden, vor allem unter Titus natürlich, der Römer. Und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet werden. Und die Hälfte der Stadt wird gefangen, weggeführt werden. Aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Und der Herr wird ausziehen und kämpfen gegen diese Völker, die er zu kämpfen pflegt am Tage der Schlacht. Und an jenem Tage werden seine Füße auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin. Und der Ölberg wird sich in seiner Mitte spalten, von Osten bis zum Westen, zu einem sehr weiten Tal, sodass die eine Hälfte des Berges nach Norden und die andere Hälfte nach Süden gehen wird. Nun, ist das jetzt äußerlich oder ist das geistlich? Wir haben ja die Aussage aus Apostelgeschichte 1,11. Und da sagt nämlich Jesus, wie es dann sein wird, wenn er wiederkommt. Es heisst in Apostelgeschichte 1,11, Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt, den Himmel fahren sehen. Und darum, wenn das so ist, dann ist es eben nicht das äußere Teilen des Berges, sonst wäre es ja nicht mehr so, wie es gewesen ist, als Jesus gegangen ist. Das heisst, Gott wird eine geistliche Festung für diese Übriggebliebenen machen, dass die, die Gott nachfolgen, geschützt sind in Gott. Auch wenn sie äußerlich verfolgt werden, wir werden geistlich, oder das Volk damals wird geistlich in Gott geborgen sein. 5. Und ihr werdet fliehen in das Tal zwischen meinen Bergen, denn das Tal zwischen den Bergen reicht nahe heran an Asal. Und ihr werdet fliehen, wie ihr vor Zeiten geflohen seid vor dem Erdbeben zur Zeit Usias, des Königs von Judah. Da wird dann kommen der Herr, mein Gott und alle Heiligen mit ihm. Oder da kommt jetzt das neue Reich, da kommen dann die Heiligen auch aus den Völkern dazu und werden dieses neue Reich bauen. 6. Und an jenem Tag wird kein Licht sein, sondern Kälte und Frost. Und es wird ein einziger Tag sein, er ist dem Herrn bekannt. Es wird nicht Tag und Nacht sein, und auch um den Abend wird es Licht sein. Und in jenen Tagen werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen. Und jetzt kommt das geistliche Leben vom geistlichen Jerusalem her. Die eine Hälfte zum Meer im Osten und die andere Hälfte zum Meer im Westen und so wird es sein im Sommer und im Winter. Und der Herr wird König sein über alle Lande. Ja, das ist jetzt Jesus. An jenem Tag wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Und das ganze Land wird verwandelt werden, wie die Ebene von Geba bis nach Rimon im Süden von Jerusalem. Die Stadt aber wird hoch aufragen und an ihrer Städte bleiben, vom Tor Benjamin bis an die Stelle des ersten Tores, bis an das Ecktor und vom Turn Hananel bis an des Königskälter. Und man wird darin wohnen. Es wird keinen Baum mehr geben, denn Jerusalem wird ganz sicher wohnen. Es wird keinen Bann mehr geben, sorry, denn Jerusalem wird ganz sicher wohnen. Und dann 14b und es werden eingesammelt die Güter der Völker ringsherum, Gold, Silber und Kleider über die Maßen viel. Das heißt, der Reichtum der Völker wird dann eben dem Volk Gottes zugute kommen. 16 und alle, die übrig geblieben sind von allen Völkern, die gegen Jerusalem gezogen, werden jährlich heraufkommen, um anzubeten, den König, den Herrn Seebaut und um das Laubhitten festzuhalten. Es ist einem neuen Bund nicht mehr äußerlich nötig, sondern man wird sich zu Jesus, zu dem geistlichen Tempel hin sammeln. 17 aber über die Geschlechter auf Erden, die nicht hinaufziehen werden nach Jerusalem, um anzubeten, den König, den Herrn Seebaut. Über die wird es nicht regnen. Und wenn das Geschlecht der Ägypter nicht hinaufzöge und käme, so wird auch über sie die Plage kommen. Also selbst die Ägypter als Heiden werden daneben kommen, mit der der Herr alle Völker plagen wird, die nicht heraufkommen, um das Laubhütten festzuhalten. Denn darin besteht die Sünde der Ägypter und aller Völker, dass sie nicht heraufkommen, um das Laubhütten festzuhalten. Also, die Gläubigen werden eben kommen. An jenem Tage wird auf der Schelle der Rosse stehen, heilig dem Herrn. Oder das sind die Menschen, die jetzt Gott nachfolgen, heilig dem Herrn. Wir sind ihm geweiht. Und die Kessel im Hause des Herrn werden sein, wie die Opferschalen vor dem Altar. Und es werden alle Kessel in Jerusalem und Judah dem Herrn Zebot heilig sein, so dass alle, die da Opfern wollen, kommen werden und sie nehmen und darin kochen werden. Und es wird keinen Händler mehr geben im Hause des Herrn Zebot an jedem Tag. Also nicht so wie bei der Tempel-Austreibung, wo alles ja anders war. Also, auch da ist grandios, diese Reflexionszitate zeigen uns, wie wir die Texte aus Jesaja, Asachria, interpretieren können und sollen. Und noch Malachi, Kapitel 1, Vers 2. Weil die Berufung da ist, hat Gott die Heilslinie über Jakob gezogen, einfach weil Gott erwählt hat. Und so hat Gott eben auch sein Volk Israel erwählt. Jetzt hier, ich habe Jakob Lieb, Esau gehasst, das kommt in Römer 8, Vers 13 als Reflexionszitat zum Tragen. Ist nicht unbedingt messianisch, aber immerhin ein Zitat. Und dann, Kapitel 2, 17. Ihr macht den Herrn unwillig durch eure Reden. Ihr aber sprecht, womit machen wir ihn unwillig? Damit, dass ihr sprecht, wer Böses tut, der gefällt dem Herrn. Und an solchen hat er Freude. Oder, wo ist der Gott, der da straft? Siehe, das ist jetzt Reflexionszitat 3, 1, ich will meinen Engel, oder besser übersetzt, meinen Boten, dasselbe, meinen Boten senden vor dir her, der vor dir her den Weg bereiten soll. Das ist ja dann Johannes der Täufer, der dann gekommen ist. Wir haben das in allen drei Evangelien drinnen. Und bald wird kommen zu seinem Tempel, der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr Zebot. Oder jetzt noch eine kurze Zeit, und dann kommt er. Malachi, das so 430 vor Christus prophezeit. Vers 2, Wer wird aber den Tag seines Kommers ertragen können? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer eines Schmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Oder wenn der Messias da ist, ja, vor Gott könnte man selber ja gar nicht bestehen. Es braucht die Vergebung von ihm. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levi reinigen. Oder dann kommt Sünder und Erkenntnis, aber man kann gleichzeitig auch um Vergebung bitten. Und läutern wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit. Oder wir sind ja das lebendige Opfer. Dort Römer 12, 1 und 2, das ganze Opfer, das wir Gott geben. Opfer in Gerechtigkeit, weil wir gerecht gesprochen sind. 4, Und es wird dem Herrn Wohlgefallen, das Opfer Judas und Jerusalems. Eben, weil eben von innen her diese Veränderung kommt. Und dann schließt Malachi, ich lese ab 3,16, Der Herr merke auf und höre es, und es ward vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Das ist dann die Gemeinde. So sollen, spricht der Herr Zebot, an dem Tag, den ich machen will, mein Eigentum sein. Oder jetzt ist das Ziel erreicht, das Eigentum, kommt er dann im 1. Petrus 2,9 auch wieder vor. Das hatte schon im 1. Mose 17,7 begonnen und hat sich immer wieder so durchgezogen. Mein Eigentum sein. Und ich will mich ihr erbarmen, wie ein Mann sich seines Sohnes erbarmt, der ihm dient. Dann sollt ihr wieder sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Dann, am Schluss, wird man es eben sehen, dass der Gerechte auf der richtigen Schiene ist. Denn siehe, es kommt der Tag, der brennen soll wie ein Ofen, da werden alle Verächter und gottlose Stroh sein. Und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebot. Und er wird ihnen weder Wurzel noch zwei gelassen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchten, soll aufgehen, die Sonne der Gerechtigkeit. Also die Gerechtigkeit, die wir durch die Bekehrung zugesprochen erhalten. Soll aufgehen, die Sonne der Gerechtigkeit. Und heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen, wie die Mastkälber. Also die Kälber, die ständig angebunden waren und jetzt zum ersten Mal raus können, sie springen herum und das sieht ganz tollpatschig aus. Ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie sollen Staub unter euren Füßen werden. An dem Tag, den ich machen will, spricht der Herr Zebot. Also geistlich werden die Gläubigen überlegen sein, all den militärisch starken Heiden. 22. Gedenkt an das Gesetz meines Knechtes Mose, dass ich ihm befohlen habe auf dem Berge Horeb für ganz Israel und alle Gebote und Rechte. Siehe, und jetzt kommt Reflexionszitat, ich will euch senden den Propheten Elia, er der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Also Elia ist dann, der kommt in der Kraft des Elia, nämlich Johannes der Täufer. Und der macht dann diese ebene Bahn, von der er schon bereits Jesaja 40, 3 bis 5, ja, geredet hatte. Und jetzt, der soll das Herz der Väter bekehren zu ihren Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern. Jetzt sind wir da bei der, ja, Vorweihnachtsgeschichte angekommen. Auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Banne schlage. Also Johannes der Täufer, der ruft zur Taufe, nicht eine Glaubenstaufe im neutestamentlichen Sinne, sondern der aufruft, bekennt damit, jawohl, auch ich bin Sünder, ich möchte bereit sein für den Messias. Also hier schliessen die zwölf kleinen Propheten mit diesem messianischen Text. Wenn wir so die Reflexionszitate ansehen, dann wird immer deutlich, wie wir die Texte auslegen können und sollen. Und so wird das Lesen des Alten Testamentes hochspannend. Also nicht einfach Texte auf irgendwelche Zeiten interpretieren, sondern immer gut den Zusammenhang ansehen und auch immer schauen, welche Begriffe werden gebraucht. Es sind immer so ein bisschen dieselben Begriffe, die für diese messianische Zeit verkündigt wird. Nun, soweit mal das Alte Testament. Wir werden dann im Neuen Testament weiterfahren und schauen, wie hat sich jetzt die Heilsgeschichte erfüllt und wie zieht sich diese Linie weiter. Ich hoffe, es hilft dir und es gibt dir einen Blick in das Alte Testament hinein, wie man es vielleicht nicht so häufig hört, weil man sich häufig eben auf das Neue Testament konzentriert. Ich hoffe, es hilft. Ich freue mich, wenn du den Link teilst, sodass andere auch davon profitieren können. Schön, dass du dabei warst. Bis dann im Neuen Testament.